Liebe Zuschauer von Hochzeitsmesse TV, bei mir ist der Veranstalter persönlich. Herr Dormeyer, haben Sie denn schon Rückmeldungen bekommen von den Ausstellern? Ja, wir haben schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden, wir selber als Veranstalter. Und von den Ausstellern haben wir schon sehr gute Resonanzen bekommen. Sie sind begeistert von diesem Konzept Hochzeitsmesse und Eventmesse, dass man halt nicht nur die Brautpaare anspricht, sondern wirklich auch Firmenfeiern, Jubiläum, was eben alles für Veranstaltungen gibt, mit einbezieht. Somit spricht man natürlich ein breiteres Publikum an. Das finden die Gäste sehr schön. Und natürlich außergewöhnliche Location, das ist halt was, wo man sagt, das ist nochmal das i-Tüpfelchen, um den Gästen wirklich was zu bieten. Und damit haben wir wirklich eine sehr, sehr schöne Messe hier geschaffen und das ist wirklich toll. Also dass es eine sehr, sehr schöne Messe war, kann ich wirklich nur bestätigen. Ich muss auch sagen, mein ganz persönliches Highlight war die Modenschau, gerade da es einfach um das Thema Hochzeit geht und es einfach immer der Traum jeder Frau ist. Was war denn Ihr ganz persönliches Highlight? Ich sehe es ein bisschen von außen. Ich sehe die ganze Messe als guten Erfolg, weil wir haben es geschafft, mit dieser Messe sehr viele Highlights und sehr viele kostenlose Probieraktionen den Gästen zu bieten. Deswegen auch ein Dank an diese Aussteller. Wir haben jetzt in der ersten Messe gedacht, dass wir vielleicht 20 oder 25 Aussteller bekommen. Wir haben es geschafft, in der ersten Messe wirklich 40 Aussteller bekommen. Wir haben wirklich Aussteller aus München, aus Augsburg, aus Österreich, wirklich in einem ganz großen Gebiet. Wie gesagt, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass die mir da vertraut haben. Die Resonanzen sind eben sehr gut. Wo können unsere Zuschauer denn jetzt noch im Nachhinein Informationen über die Messe bekommen? Ganz gute Frage. Wir haben natürlich eine sehr professionelle Seite aufgebaut, wo jeder Aussteller, der bei uns ist, das ganze Jahr auch noch mit einer eigenen Unterseite sich präsentiert, mit eigenen Texten und Bildern und eben Videos. Auch Videos natürlich von Euch, die gemacht worden sind von Hochzeitsmesse TV, binden wir da ein. Und das Schöne ist, dass man sich wirklich, wenn man jetzt noch ein Event plant, sich komplett alles nochmal von der Messe anschauen kann. Die Videos, die Bilder und eben auch die Filmchen von den Ausstellern. Und wenn man jetzt noch ein Event planen will, ein komplettes Ausstellerverzeichnis hat und wirklich alles nochmal das ganze Jahr lang anschauen kann. Vielen Dank für diese wertvollen Informationen.